Hallo, mein Name ist Torlexander und ich berate Menschen in Geldangelegenheiten, wie sie mehr aus ihrem Geld machen können und wie sie das sicher vor Inflation und vor anderen Gefahren schützen können. Heute möchte ich etwas zur Gold-Silber-Ratio-Strategie sagen. Das Prinzip dahinter ist eigentlich relativ einfach. Ziel ist, heute Silber zu kaufen, um später mehr Gold zu bekommen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Es gibt Anbieter, die das automatisch mit unterstützen. Das heißt, ich zahle einmalig oder über einen Sparplan ein und kaufe davon Silber. Und in bestimmten Umtauschpunkten, weil ja beide Währungsmetalle auch gegeneinander schwanken, nicht nur gegen Euro und Dollar. Silber ist manchmal billig, da kriege ich für eine Goldmünze 100 Silbermünzen. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich für eine Goldmünze nur 20 Silbermünzen bekomme. Und dieses kann ich natürlich in beide Richtungen ausnutzen. Das heißt, wenn Gold teuer ist, kaufe ich Silber. Und wenn das Silber im Preis nachgeholt hat und auch teuer ist, dann tausche ich das wieder in Gold. So, das war es zur Gold-Silber-Ratio-Strategie. Ich freue mich über ein Abo. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Oder wenn du mich auf Telegram kontaktierst. Dein Thor Alexander. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Kommen unsere Telegram-Gruppe auswandern Geld. www.t.me-auswandern Geld zusammengeschrieben.